Hallo Peter, hallo Emma. Wir sind hier bei der Premiere von Lucky Loser. Ein Sommer in der Bredouille, in der Kulturbrauerei in Berlin. Schön, dass ihr euch kurz Zeit nehmt. Ich sehe schon, ihr seid ein perfekt eingespieltes Team. Total. Wunderbar. Lief das bei den Dreharbeiten genauso ab? Ja, da war es sogar noch besser, muss ich gestehen. Was? Nur weil ich dein Mikrofon jetzt ein bisschen falsch halte. Nee, es war schon besser als das jetzt hier gerade. Ist Hannah eine typische 15-Jährige? Naja, was ist denn typisch? Was ist eine typische 15-Jährige? Alle sind unterschiedlich und man muss einfach, es ist halt einfach, jeder ist anders und so hat auch Hannah wie eine andere, wie sie eben ist. Ihre Vorlieben, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Beziehung zu ihren Eltern. Und wie viel Emma steckt in Hannah? Naja, da ich ja noch ein bisschen älter war, als ich das gespielt habe, nicht mehr so viel. Also vielleicht so 70-30? 70-30? Ja, 30 Emma, 70 Hannah. Okay. Ja. Die eigene Einschätzung oder das, was man gehört hat von den Kollegen? Nee, das war meine eigene Einschätzung. Das habe ich jetzt noch nicht von irgendjemandem gehört. Muss ja die eigene Einschätzung sein. Ja, immer, oder? Absolut. Ist Maik der geborene Verlierer? Nein, das ist einfach ein Filmtitel. Maik ist im Endeffekt eigentlich ein Winner. Er hat diese wunderbare Tochter. Er hat diese wunderbare Ex-Frau, die vielleicht wieder seine Beziehung wird. Er hat halt seine Arbeit verloren und hat halt kein Geld. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Ich glaube, er hat das Herz am rechten Fleck. Er hat ein liebendes Herz, sage ich mal. Ja. Und wer das hat, ist er immer ein Gewinner, oder? Absolut. Richtig. Wie kann man die Beziehung zur Ex-Frau Claudia beschreiben? Na, ich denke, dass Maik sehr an ihr hängt, aufgrund halt eben auch der Tochter. Also, dass die Tochter ihm eigentlich spiegelt, dass es sich lohnt, für die Liebe zu kämpfen, so sage ich es mal. Und dass die Claudia auch eine liebenswerte Frau ist, vielleicht ein bisschen kantig, aber dass er deshalb halt das weiter versucht. Immer weiter versucht. Der ist ja kein Stalker in dem Sinne, sondern... Naja, doch ein bisschen schon. Es reicht. Nein, es reicht nicht. Na gut, ja. Und Hannah, die Beziehung zu der Mutter, wie würdest du die beschreiben? Gespannt. Also, es ist ein gespanntes Verhältnis. Obwohl ich sie sehr liebe, so ist es auch, dass man es einfach gar nicht mehr aushalten kann, dass die Mutter nervt. Das kenne ich natürlich auch von mir selber. So ist es dann, wenn man mal zu sagen bekommt, so, ja, räum dein Zimmer auf oder mach das und das anders. So, Mama, hör auf. Und so ist es auch bei Hannah. Das ist schon sehr ähnlich. Ja. Okay. Naja, und diese Art der Reibung ist natürlich auch wahrscheinlich interessant für Mike. Also, das mag er auch. Das schätzt er auch an seiner Tochter und das schätzt er auch an seiner Frau. Reibung erzeugt Wärme. Ja, genau. Habe ich schon mal gehört. Ihr wart mit dem Film ja auch schon beim Münchner Filmfest. Wie war denn die Reaktionen der Zuschauer? Ja, gut, oder? Sehr gut, ja. War volles Kino? Ich habe den Film dann zum ersten Mal gesehen. Ich war angenehm überrascht und wir hatten volles Kino. Ja, viele Leute. Die Leute waren begeistert. Viel gelacht wurde. Es wurde auch geweint. Ja? Ja. Ein nettes Mann hat geweint. Am Ende beim Applaus dann. Nee. Auch stolz. Ja, genau. Ja, hier, wie ihr seht, ist es ja auch ziemlich voll. Ich danke euch für das Interview. Vielen Dank Jenny. Vielen Dank Red Carpet Report. Tschüss, wir bedanken uns. Tschüss. Ich bin gar nicht mitgekommen. Es war irgendwie heute nicht mit der Ode. Vielen, vielen Dank. Ganz viel Spaß mit meiner Praxis. Vielen Dank.